In der großen Johannesstraße 13, genau gegenüber der Börse, führt Dagmar von Gottberg das Kulturkontor, ein Salon für Kulturschaffende. Dagmar von Gottberg vermittelt Kontakte zwischen der Wirtschaft und dem kreativen Potenzial unserer Stadt. Zunächst steht eine Idee an und diese Idee muss realisiert werden und sie kostet Geld. Und Kultur möchte ich in unserem heutigen Wirtschaftssystem genauso bewerten wie eine Dienstleistung. Was sind die Interessen eines Unternehmers für Kunst, Geld auszugeben? Langfristig möchte er damit das Image seines Unternehmens zumindest aufpolieren. Hat das einen besonderen Grund, warum sie sich genau gegenüber der Börse einquartiert haben? Freunde sagen mir, du hast nie Geld, aber immerhin bist du jetzt in der Nähe des größten Portemonnaies der Stadt Hamburg. Auf der anderen Seite möchten wir auch ein Signal setzen, dass die Kultur genauso ins Zentrum gehört. In der Wirtschaft und Industrie gibt es Kartelle. Gibt es sowas auch im Kulturbereich? Ja, die haben es erfunden. Frau von Gottberg, bei Ihren vielen Aktivitäten, finden Sie da eigentlich noch Zeit für Urlaub? Also Urlaub ist genau der Besuch in einem guten Atelier, einen guten Film sehen. Also mit Künstlern reden, das ist mein Urlaub. Wie ist es mit dir? Wäre das für dich einen Job später mal? Nee, Job auf keinen Fall. Viel zu anstrengend und rumlaufen und darf keine Fehler machen und Druck von allen Seiten, ey. Ist nichts. Und Lust später mal hier zu arbeiten? Oh, bloß nicht. So ein spannender Job, findest du nicht? Oh, nee. Nee. Ich will was ruhigeres suchen. Nur schon, aber ich hab die Qualifikation glaube ich nicht dazu. Nö, also ich verstehe ja nicht viel von, aber naja. Ziemlich laut, ne? Ziemlich lauter und anstrengender Job, ne? Die hast du ziemlich rum als der Lust. Nein, ich bin ein armer Schüler, ich hab kein Geld und sowas ist auch nicht gut so. Ja, bei dem Geschrei.